Musik Ja, wir gehen noch eine Wolle weg. Für drei Zentimeter Crash läuft aber lange mit. Ich glaube, der wird ganz gut müde. Ich glaube auch. Achtung! Wo willst du denn hin? Du willst doch da raus. Also, pass doch. Ich geh hinter dich. Zug hat er. So viel Schiss wird nicht beim Stefan gemacht, wenn das Modell 8 Mill kostet. Yes! Aber wir gucken jetzt. Ist ja was Gedrucktes, also hallo. Boah, wenn nicht drücken wir eine neue. Haufen kann jeder. Wenn nicht drücken wir eine neue. Perfekt. Schön sicheres steigen, genau. Kannst du mir mal... Fliegst du rechts raus oder fliegst du links raus? Steige mal ein bisschen. Ja, das geht absolut nach unten. Na ja, was ich gesagt habe. Delta fliegen. Ist das gut? Sorry, oder? Boah, bin ich nervös, ey. Alles gut. Fliegt wie A1. Ich hab jetzt. Ich hab's noch höher hier. Warte mal. Warte mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal sicher nicht. Guck mal sicher nicht. Nächst ja nicht so eng in die Kuffel, nein, gell. Litau, schnell ab. Meinst du? Ja. Weich schön die Kuffel leh. Guck mal sicher. Guck mal sicher. Gerade am Anfang. Boah, da hat es so ein Koffelplatz, glaube ich. Aber ich hab jetzt einen Haufen Höhe. Das ist aber normal. Ja? Das ist normal, dass die angestellt sind, die Ruder. Ja, wieso, ich muss alles noch... Aber wahrscheinlich bist du am Anfang der Drimmung. Ja. Ja. Fliegt doch jetzt einfach gut. Ja. Alles gut. Fliegt einwandfrei. Ah, da hat er erst den gedruckten von mir. Jawoll. Der Rest ist jetzt egal. BDEG. Aus welchem Drucker hast du das Ding gedruckt? Ich glaube, dass ich die Werbung mache hier. Ich schicke immer nach China. Gibt es wieder ein paar Drucker umsonst? Das muss ja was noch an der Drücke. Ich kann nicht in der Vorbereitung kommen. Ach so, ja. Ja, da kann ich jetzt. Ja, ja. Das soll jetzt noch an der Drücke. Cool. Geht aber ganz langsam. Guck mal, wie schön langsam die fliegt. Ja, also ich kenn's von den Deltas hier, die tauchen irgendwann kräftig nach unten ab. Kannst ja Obo mal probieren. Wenn du ein bisschen höher bist, kannst du das Obo ja gerne mal probieren. Wo sind die Pfeils? Hörst du? Kannst ja Obo mal den Motor ausschalten, dann kannst du mal gucken ohne. Ja, das ist hoffentlich nicht so viel Höhe ziehen. Okay, wollen wir noch mal trimmen? Naja, der ist am Anschlag. Wir haben so viel getrimmt, da wird nichts mehr gehen. Kommt schön. Der ist wirklich gut topflastig. Aber die kommt schön gemütlich runter da also. Schöööön! Perfekto! Hey, Kaste!